So, meine Damen und Herren, Obrigado a Deus pela minha vida. First of all, I thank God for being alive. Auch wenn diese Situation eine extrem schwierige ist, dann können wir uns alle doch glücklich schätzen, sie in einem Land wie Österreich zu erleben. Das Vertrauen ist im Moment jetzt nicht völlig erschüttert. We were winning everything. I hate the word AI called Artificial Intelligence. I call it Alibaba Intelligence. Yeah, might end up being true. And that is why it is always day one. Ja, herzlich willkommen bei Bezos FM, eurem Weihnachtsradio. 3 plus 1, die erste Episode startet und ich freue mich, dass ich zwei alte Freunde hier bei mir im Studio begrüßen darf. Henni, hallo. Moin. Und Ömmes, hallo. Moin. Du heißt ja eigentlich gar nicht richtig Ömmes, aber wir lassen deinen Klarnamen erstmal raus. Können wir auch sagen. Ja? Thomas. Thomas. Aber ihr nennt mich Ömmes. Schon immer. Schon immer. Seit wann eigentlich? 2012. Seit 2012? Seit 2012. Du bist da, wir haben Abi 2002, wir nennen dich schon nicht seit 2012. Seit 1996. Wie kommst du auf 2012? 2012? Also völlig, du bist nicht aufgeregt ein bisschen, du hast irgendeine Zahl genannt. Ja. Warte mal, ich mach mal schnell den Paycheck. Okay, dann brauchen wir Alkohol. Ja, ich glaube zum Beruhigen. Ja, also wir haben uns hier jeder ein Bier genommen. Damit geht's schon mal los. Einfach. Hm, Radler. Also Prost, Leute. Wir machen hier unseren Podcast hoffentlich wöchentlich. Drei plus eins heißt das. Drei Leute. Stell's bitte nicht in Richtung des Puls, aber behalt's einfach auf dem Oberschenkel. Oder wie immer. Und sprechen über Aktuelles in der Politik und in der Wirtschaft und im Sport und in der Gesellschaft und in unserer Nachbarschaft. Erste Frage. Wir wollten ja eigentlich mit Weihnachten beginnen. Findet ihr auch das Thema Weihnachten 2020 jetzt am 2.12. ein bisschen durch? Kommt es noch, würde ich sagen. Vor einer Woche wollten wir eigentlich darüber reden, aber da warst du krank und ich hatte auch noch Corona-Isolation. Nicht, weil ich Corona hatte, sondern weil unklar war, ob ich welche habe. Aber so in der letzten Woche wurde schon viel über Weihnachten geredet und ist das jetzt alles irgendwie so cool, wie es die Bundesregierung geregelt hat. Henni, wir haben dann trotzdem in der vergangenen Woche nach meiner Isolation kurz zusammengesessen und du wolltest eigentlich anfangen zu fluchen. Da habe ich gesagt, lass noch eine Woche warten. Vielleicht kannst du ja nochmal kurz sagen, was dich jetzt daran stört, dass die Bundesregierung beschlossen hat, jetzt zu Weihnachten ja doch zumindest die Hotels zu öffnen. Oder was stört dich? Ich würde das mal noch einen Schritt zurückgehen. Die erste Frage war ja, ist das Thema durch? Privat ist es für mich durch, weil seitdem wir zuletzt geredet haben, sich mein Weihnachten ausdefiniert hat. Also wie das läuft so. Und wie denn? Meine Schwester und ihr Mann sind im Kindergarten und in der Schule. Also Lehrer und Erzieherin. Zwei Jungs, fünfte, sechste Klasse. Also Schule halt. Das heißt, wir haben vier Leute mit erhöhtem Risiko zu drei Leuten über 80. Und haben uns dafür entschieden, dass das so nicht stattfindet. Und dann digital oder was? Ja, sowas irgendwie in der Art, genau. Also ich werde mich einfach zwei Wochen vorher einsperren und trotzdem zu meinen Eltern fahren. Das ist ein bisschen was. Aber das typische, alle sind bei 45 Grad in der heißen Stube zusammen und dann kommt irgendwann der Weihnachtsmann. Das wird es dieses Jahr nicht geben. Warst du das eigentlich immer, der Weihnachtsmann bei euch? Ich war das, als mein Neffe klein war, ich war es zwei, dreimal. Dann haben wir irgendwann Nachbarn von, zweitauschen oben drüber genommen. Aber der hat so einen krassen Akzent. Und mein Neffe wird... Aus deutschem Akzent. Oh ja, ja, krass. Aber so gotsch, so wirklich so. Und du denkst so, come on. Gotsch ist nicht gotha. Gothaisch. Gothaisch. Und der Neffe kommt aber irgendwie aus Darmstadt. Genau. Was wird der Weihnachtsmann gerade von mir? Ich soll artig sein, verstehe ich nicht. Und was stört dich an dem, was die Regierung jetzt beschlossen hat? Dass es inkonsequent ist. Also, warum werden jetzt, also, dass Hotels aufgemacht, in einigen Bundesländern. Warum soll der, also, dem Virus soll das nicht interessieren, dass jetzt gerade irgendein christliches Fest ist. Ich glaube, die Botschaft wäre besser gewesen, zu sagen, jo, ist halt jetzt so. Auch dieses Jahr wird Weihnachten unter Corona-Bedingungen. Bleibt zu Hause. Feiert das im Sommer. Im Sommer alle geimpft. Holt eure Weihnachten-Familienfests zusammen nach. Das ist doch Quatsch. Im Sommer kann man Weihnachten. Dann lässt es halt komplett ausfallen. Dann machst du es digital. Aber jetzt irgendwie, Familien unter Druck zu setzen, also auch sozialer Druck. Die Alten sind die ganze Zeit isoliert zu Hause. Die Kinder sind weit weg. Und jetzt musst du quasi deiner Mutter sagen, ich komme nicht. Weil ich für mich selber die Einschätzung so mache, dass es nicht geht. Und da wird natürlich das Argument kommen, ja, aber Angie hat ja gesagt, Weihnachten ist okay. Also, das ist gerade platt gesagt. Ja, ganz klar. Aber ich glaube, das wäre auch für Familienfrieden an vielen Stellen einfacher gewesen, wenn ich ganz klar Angie in der Einsprache gesagt hätte, Weihnachten ruft zu Hause an und that's it. Ja, macht das irgendwie anders. Wäre, glaube ich, vielen auseinandergegangen. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass wir irgendwann Mitte Januar viele Bestattungen haben müssen, weil auf einmal die 80-Jährigen umfallen, ja. Oder dass wir dann wieder einen Spike sehen, weil Schüler halt zu ihren Großeltern fahren. Kinder sind asymptomatisch in den allermeisten Fällen mein Handy klingelt. Ja, Handy, du musst auch das Mikro noch ein bisschen weiter in Richtung Kinn machen, weil man hört dich immer so ein bisschen. Genau so. Ja, ist klar. So ist, so ist, so ist es besser. Noch ein Stück höher. Noch ein ganz kleines Stückchen höher. Ja, so ist gut. So ist gut. Also hat man sich da so ein bisschen von den von den von den bösen Querdenkern, die du ja auch fotografiert hast als Fotograf hier in Leipzig bei der Demonstration. Du hattest eine Maske auf, die anderen um dich herum nicht in die Knie zwingen lassen, so ein bisschen. Naja, diese Entscheidungen sind ja, soweit ich weiß, auch Ländersache und ich glaube schon, dass da die Ministerpräsidenten streckenweise vielleicht Meinungen hatten, die die sich von den Demonstrationen beeinflusst lassen haben. Also, dass die Leute gesagt haben, okay, unsere Bürger, Bürgerinnen wollen nicht so harte Bedingungen sondern wollen Weihnachten zusammen feiern, also regeln wir das so, dass das möglich ist und dass die in Kompromiss eingegangen sind, das denke ich schon, ja. Also ich denke, wenn die Demonstrationen nicht gewesen wären, dann werden die Regelungen vielleicht stringenter ausgefallen. Ist ja eigentlich krass, dass die dann quasi Erfolg hatten mit dem, was sie tun und letztlich ist das ja nur, hier los, ist das ja nur ein Zeichen dafür, dass unsere Demokratie ein Stück weit funktioniert. Ja, klar. Sehe ich voll so, dass das halt einfach eine große Menge an Menschen gesagt hat, dass sie es so wollen und dann wird es halt auch ein bisschen so umgesetzt. Möchte ich widersprechen. Da gab es ja vor zwei, drei Wochen, ich glaube nach der Ministerpräsidentenkonferenz von vor zwei Wochen gab es so spontanen Blitzumfragen, ob die Maßnahmen weit genug gehen und es war nur irgendwie so ein, nur noch ein Bauchgefühl, ein Drittel, ein Viertel war für, es ist zu weit und alle anderen waren, es ist genau richtig oder es ist zu wenig an Maßnahmen. Ja, das heißt, wenn eure Theorie stimmt, diktieren gerade 25 Prozent der Menschen das Vorgehen für alle. Ja, aber, also ich meine, alle anderen können einfach vernünftig sein. Also die, die sagen, das ist genau richtig so oder das müsste noch härter sein, die können sich selbst regulieren. Das finde ich auch total okay und da baue ich ehrlich gesagt auch auf die meisten, dass die sich einschränken werden, so wie du, oder du sagst, ich fahre meine Eltern besuchen, aber meine, Neffen sehe ich nicht, Neffen und nicht nur Neffen. Aber es ist doch eigentlich völlig okay, dass die, dass die Jungs, die sich hinstellen und sagen, die Bundesregierung, die und die Jungs und Mädels, die Bundesregierung macht, was sie will und wir werden hier gar nicht gehört und das Volk, es wird am Volk vorbeiregiert, dass die jetzt gezeigt bekommen, nee, wir achten schon ein bisschen auf den, auf den Willen der Leute auf der Straße und lassen zumindest zu Weihnachten theoretisch zu, dass ihr euch gegenseitig besuchen kommt. Wird natürlich nicht so ankommen bei den Querdenkern, das liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass die Bundesregierung so schlecht kommuniziert. Müsste man eigentlich genderkorrekterweise Querdenkenden sagen? Die Querdenkenden? Ja. Oder die QuerdenkerInnen? Zum Beispiel, ja. Ja, ja, aber wir können uns auf IdiotInnen einigen. Idioten und IdiotInnen. Einfach, ja, aber das stimmt schon. Haben wir das schon oft gemacht jetzt hier, also es ist ja so ein bisschen unser Gendersternchen in der Runde. Ich bin dafür, dass man nicht Innen sagt, so mit komischen, mit einer komischen Pause in dem Wort, aber auch nicht Endende, weil das irgendwie so merkwürdig klingt, sondern einfach Zuschauer und ZuschauerInnen fertig. Ich bin für Try and Fail. Vor allem bei Henni. Das heißt? Naja, Henni kann es halt probieren und wir lachen ihn aus. Henni ist das genaue Teil vom Gendersternchen. No! Na du warst, aber komm, du hast ein bisschen eine kleine Wandlung hingelegt. Man muss mal kurz zu deiner Biografie sagen, normalerweise müsste jetzt so ein Einspieler kommen. Hendrik Stiefel, geboren 1984 in Friedrichroda. Richtig? Das war schon mal falsch. 83? Nein, 2012. Als Null. Aber früher warst du echt radikal unterwegs und dann bist du zur Piratenpartei gegangen, hast dann dort auch tatsächlich den Thüringen-Vorsitz übernommen. In welchem Jahr? Zwölf. Neun? Bei der Gründung? Ja, 2009. Easy, 2009. Zwei Jahre lang Thüringen-Vorsitz unter der Piratenpartei und dann nochmal Generalsekretär und hast dich dann so ein bisschen letztlich wie soll man sagen, du bist ein bisschen nicht Mainstreamiger geworden, aber du hast deine radikale Haltung ein Stück weit abgeschwächt. Das muss ich wirklich klar sagen, falsch. Mich aktiv mit Politik zu beschäftigen hat mich noch viel radikalisierter. Also ich bin radikalisierter aus fünf Jahren Piratenpartei rausgekommen, als ich am Anfang war. Das war ein bisschen wie im Knast. Weil ich dieses weichgespülte Politiker-Gewäsch vorher schon nicht konnte und dann hast du das fünf Jahre lang miterlebt und wir müssen uns alle liebhaben und es muss immer allen gerecht sein. Nein, fuck off. Du musst es nicht. Wenn es scheiße ist, kann ich sagen, dass es scheiße ist. Deswegen sind es auch nicht Querdenkende, sondern Idiotinnen. Aber du erlebst doch Henni... Das ist ein eigenes Thema, Henni. Ja, das ist ein eigenes Thema, aber hier wurde gerade eine Aussage einfach... Aber erlebst du Henni nicht auch ein bisschen weniger radikal als früher? Ja, was aber glaube ich einfach mit einem neuen Diskussionslevel zu tun hat. Früher war das Diskussionslevel halt mehr harscher. Bei uns ja auch. Ich meine ja bei uns. Ich meine ja nur zwischen uns. Und jetzt ist es ein bisschen ausdifferenzierter. Man unterhält sich ein bisschen mehr ins Detail. Ich glaube, daher kommt der Eindruck. Und die Frage ist auch immer, welche Rolle man gerade hat. Also wenn ich... Ich kann jetzt auf Toll-Modus umstellen und dann ist halt... Genau, da kommen wir bestimmt auch noch zu. Oh, gerne. Aber dann müssen wir, glaube ich, auch auf schnell aufhören. Wollt ihr euch impfen lassen? Gegen was? Berat mal. Oh, gegen Microsoft. Gegen Corona. Ja, ja. Ja? Sofort? Also das Ding ist ja, ich könnte jetzt feige sagen und das habe ich auch schon gesagt, aber ich habe darüber nochmal nachgedacht, weil ich am Wochenende das Thema schon mit jemandem diskutiert habe. Am Wochenende habe ich noch gesagt, ich muss nicht der erste von den 100.000 sein. Aber wir sollten die ersten 100.000 sein. weil, also wir sind sowieso nicht, weil die Russen gerade zuerst geimpft werden und also... Ja gut, mit Sputnik 5, das ist ja nicht zu vergleichen. Ja, aber wir sind die Gesunden. Also warum sollte quasi der Feldtest von dem Impfstoff an eh schon Kranken und an relevanten Menschen wie im Gesundheitssystem Arbeitende durchgeführt werden und nicht an uns? Weißt du, wenn wir zwei Wochen danach im Krankenhaus... Nicht im Krankenhaus wäre scheiße, aber im Bett nobody cares. Ist bei dir noch was anderes? So rein... Verantwortungstechnisch. Verantwortungstechnisch. Familienvater. Familienvater und falschhafter Künstler. Ja, aber also ich meine, wenn so ein Impfstoff zugelassen ist, dann ist der Feldtest vorbei. Dann sollte der... Nee, ist er nicht. Aber wenn du zugelassen bist, sind Tests gemacht worden, die eine gewisse Sicherheit geben. Auf jeden Fall, aber du kannst ja in einem Jahr keinen Langzeittest machen. Überraschung. Wird auch so nicht stattfinden, aber umso mehr quasi Genome du den Impfstoff aussetzt, also Variationen. Und dann bin ich lieber einer der Ersten und nehme ein bisschen die Risiko auf mich. Das ist echt überschaubar, ist echt minimal, weil die ganzen Tests eh schon vorher gelaufen sind. Also versuchst Kaninchen aus Solidarität. Das klingt gerade ein bisschen heroisch, weil alle anderen natürlich, die jetzt gerade schon getestet werden, das Versuch genießen sind, aber es geht in genau die Richtung. Versuchst Kaninchen Light. Mhm, ja. Wer bist du? Also an sich bin ich im Freund, wäre zu viel gesagt, aber ich hätte nichts dagegen, nur habe ich auch während meines Berufs einen, ich glaube, sein Beruf hieß Infektionsmanager an einem Universitätsklinikum. Bei einem Interview war ich dabei und der sagte, dass die, das ist jetzt auch schon zwei oder drei Monate her, also die Impfstoffe sind bestimmt auf einem anderen Level, aber der sagte, dass die Wirkungsweise der Impfstoffe, müsste man nochmal genau nachgucken, ich probiere es nochmal zusammenzureimen, quasi in so eine Phase einsetzen, wo bei dem Verlauf der Corona-Krankheit die Komplikationen eintreten, das war irgendwo ziemlich am Ende, also die Komplikationen treten erst recht spät im Verlauf der Infektion auf, wenn ich das richtig verstanden habe und die gleiche Entwicklung, die da im Körper passiert, die simuliert auch der Impfstoff, quasi diese Antikörperbildung und dass da deshalb das Risiko, dass quasi Komplikationen auftreten, recht hoch ist und genau, der meinte auch nicht als gesicherte Aussage, sondern als so in den Raum gestellt, das wahrscheinlich Sinn machen würde, das an jungen, gesunden Menschen, wenn nicht sogar Kindern zuerst zu machen, weil die das niedrigste Risiko haben, quasi da die Tests zuerst lang, die Impfungen langzeitmäßig zu testen. Was Henni sagt ja eigentlich. Was Henni sagt, genau, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon noch mit runterfallen unter sehr jung und gesund. Also ich würde mich impfen lassen, aber ich würde mir das Fachliche vorher auch nochmal angucken. Na gut, die werden dir sagen, hier sind die Studien, hier ist die Zulassung, geht schon klar. Aber was Henni ja auch schon gesagt hat, die Langzeitfolgen sind unklar und es wäre halt wirklich so bitter, wenn nach diesem Jahr 2020 der dicke Hammer erst noch kommt und irgendwie ein Viertel aller Leute, da stellt sich nach vier Jahren eben Folgendes ein, es wächst allen ein drittes Ohr. Aber das glaube ich nicht, weil die grundlegende Technologie mit diesem mRNA-Verfahren, die ist ja schon länger in der Probung, in der Forschung und das ist jetzt nicht irgendwie ein Labor, was jetzt mal durch Zufall irgendwas gefunden hat, sondern das ist ja einfach die komplette Community in dem Umfeld, die mit der Technologie arbeiten und jetzt haben halt mehrere Firmen gleichzeitig die Technologie für den speziellen Erreger hingekriegt. Ich sehe einfach echt kein großes Problem und ich würde keine Überraschung erleben, wenn man die Funktionsweise der mRNA-Impfung versteht. also ja, ich glaube da hat, also es würde echt helfen, wenn man sich an 8. Klasse Biologie erinnern kann, da hat man genau das von Hand gemacht, man hat sowas gemalt, also wir haben sowas gemalt, wir waren alle drei auf der gleichen Schule, wir haben genau das gemalt, was der Impfstoff macht, also wir haben mit diesen Basen und Säuren im Biologie-Unricht gespielt auf dem Blatt. Ja, ihr guckt da nicht so. Ihr habt, glaube ich, sogar noch schlechter Bio als ich. Handy hat aufgepasst. Ja, Handy hat aufgepasst. Nein, nein. Handy war ein Bio-Gut und ein Geo-Gut und ein Physik-Gut und ein Chemie-Gut. Ich finde, hervorragender Schüler war er. Nicht ganz so gut in deutlicher Aussprache. Ich glaube, Sport war auch mal so ein Thema. Weiß nicht. Warst du eigentlich so ein Typ, der bei immer in Englisch ist am Hau. Im Pro. Ist schon mein Accent und so. Warst du eigentlich so einen Schüler, der so schräge Klimmzüge gemacht hat? Der so wie die Mädels halb im 45-Grad-Winkel an der Sprossenfahrt ging? Wenn es gut gelaufen ist, ja. Was waren deine beste Disziplinen im Sportunterricht, um dich jetzt mal komplett loszustellen? Kugelstoßen. Und, Moment, Moment, ich habe in der Oberstufe Skikorst gemacht. Ich habe irgendwann mal in Sport zwölf Punkte auf dem Halbjahrszeugnis gehabt. Zwölf Punkte, das waren die zwei. Genau. Der beste Witz des war 2012. Apropos, was gab es bei dir heute zum Bedacht? Ähm, ich war heute arbeiten und ich habe an der Kantine Kartoffeln, äh, was stand da? Ich, ähm, Majorantunke, das war eine Soße. Majorantunke? Ja, die haben zwar eine Soße, es war wirklich, es stand 100 gitarre, es stand wirklich, no shit, es stand 100 gitarre. Sternekoch. Ich habe wirklich gedacht so, Majorantunke, alles klar. Leute, wir schreiben hier mal richtige Scheiße dran, mal gucken, ob sie das essen. Das war okay. Da kommt wieder der Typ dahin. Und es war Thüringer Mutzbraten. Rutz? Mutz. Mutzbraten, ah ja. Mutzbraten, ja. Fleisch. Bei uns gab es heute kein Fleisch. Ömmes war, also wir sind ja hier, deswegen dürfen wir auch zu dritt in einem Büro sitzen oder in einem Studio stehen. Ömmes und ich sind ja quasi derselbe Hausstand, weil wir ja auch uns ein Büro teilen. Und Ömmes war heute noch unterwegs. Du hast in irgendeinem, in irgendeiner Grube hast du fotografiert, ne? Tagebau. Tagebaugrube, dicke Bagger. Und warum eigentlich nochmal genau? Warum fotografierst du Bagger? Ich, äh, aus Interesse. Au. Wo ist das? Du bist einfach irgendwann, in seiner Entwicklung stehen geblieben. Also Bagger fühlt sich geil, Bauarbeiter will ich mal werden. Du bist Fotograf. Ich bin, Bauarbeiter will ich werden. Ich will ein Projekt anfangen über Renaturierung von Tagebauern und um da reinzukommen, bin ich heute in einen Tagebau, der gerade renaturiert wird und in einen bereits renaturierten Tagebau gefahren und hab mir das mal angeschaut. Und wo ist dann McDonalds gewesen? Äh, hier vor der Hafttür. Ach, hier vorne oder was? Direkt in der Tanke? Ja. Oh Gott. Mutz hat nämlich von McDonalds einen veganen, nee, einen vegetarischen Burger mitgebracht. Der Big Wegan TS. Ach so, doch. ein Big Wegan TS und diese Curly Fries. Und? Aber im Moment, jetzt haben wir diesen Namen so beschissen gesagt, als ob wir Werbung machen würden. Eigentlich kenne ich wenig verwerflicheres, als zum Mittagessen zu McDonalds zu gehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, normalerweise gehen wir ja auch um die Ecke, aber zum Burger King. Die hatten schon geschlossen, nee, die Geschmackssache, wo wir normalerweise hingehen, die hatten schon zu und dann ist ein bisschen später eben zu McDonalds gegangen. Lars Eidinger hat mal diesen schönen Satz gesagt, ich lasse mir niemals wieder vom Klauen in den Hals scheißen. Und eigentlich dachte ich das auch, aber heute haben wir es dann doch mal machen lassen und es hat sich wirklich auch so angefühlt, denn dieses Getränk, was dazu bei uns auf dem Tisch stand, das sah erst so aus wie eine Fanta Pink Grapefruit und das so geil irgendwie. Keine Cola, lecker und hab dann auch mit diesem Vorgeschmack so getütscht und es hat tatsächlich einen 0,4er Erdbeermilkshake mitgebracht. Aber ich muss sagen, es war auch ein bisschen ein Hommage an unsere vergangenen Erlebnisse zusammen, weil wir haben alle drei bei McDonalds gearbeitet. An der Autobahn, Ausfahrt, Waltershausen. Gibt es lustige Geschichten, das wir Ihnen zu erzählen, kommen vielleicht noch später zu und da war immer der Taschengeldknaller zwei Cheeseburger mit ich würde sagen Erdbeermilkshake, Alex hat Schokomilkshake, ich meine 99 Cent damals für einen Cheeseburger und noch für einen kleinen Schokomilkshake 99 Cent, da bist du mit 2,97 Euro rausgegangen und danach war dir schlecht. Ja, so wie heute halt, nur das 17,80 Euro kostet. Boah, es war wirklich 17,80 Euro für Abfall? Es hat schon ohne Mist, es hat schon bis zum Milkshake ganz gut geschmeckt. Also bei dem veganen Burger hat man ein ganz okayes Gefühl gehabt, so der war frisch und es hat sich auch nicht dieses knorblige, fettige im Mund so breit gemacht, wie man es so kennt von McDonalds und diese Curly Fries, die waren schon ein bisschen angekühlt, aber waren trotzdem knusprig, das ging. Ich finde immer so diese, was war das für eine Soße? Sour Cream. Sour Cream finde ich irgendwie arschlos, weil das schmeckt fast nach nichts. Schmeckt überhaupt nicht sauer. Das ist so selten. Das ist ja, ich hätte gerne eine richtige Sourcreme. Aber dieser Milkshake, wirklich, der hat mir den Rest gegeben, das war so eklig. Ja. Und der wird ja dann auch immer wärmer und schwerer und Hermes hat dann gesagt, du bist mal früher von, als du bei McDonalds gearbeitet hattest, bist du ja irgendwie aufgestiegen zumindest in der Küche, hast mit Bubi, Bubi Singh, unserem alten Kollegen aus Indien, dem ersten Inder in Ostdeutschland, 2012. Ja, ich aber auch. Hast du, hast du, hast du, hast du, damals die Küche im Griff gehabt, aber dich dann abgewendet von McDonalds und bist du Burger King übergewechselt? Also, Fanboy technisch. Ja, auf jeden Fall. Und ich hab vorhin auch gesehen, du hast die Burger King App auf deinem Handy. Ja. Why? Da gibt's ja, ähm, äh, Coupons, man kann Geld sparen. Und ich war früher viel mit dem Auto unterwegs, äh, quasi, Außendienst, Tätigkeiten. Aber ist Burger King wirklich besser als McDonalds, oder was? Ja, geschmacklich auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, ob's gut ist, andere Diskussion. Ähm, ja, aber beiß mal einen Burger von Burger King rein, mit Rindfleisch und so und jetzt mache ich hier Werbung für einmal. Richtig gutes Rindfleisch. Richtig gutes Rindfleisch. Man schmeckt die grüne Wiese auf der, auf der bayerischen Alb. Hat eigentlich schon mal irgendjemand von euch ein original chinesisches Produkt gegessen, wo er wusste, er kauft sich jetzt ein Produkt aus China? Ja. Ja. Was denn? Also, ich war hier in diesem, wie heißt der, große chinesische Supermarkt kurz vor der Messe? Chinamarkt. Nee. Doch. Saigon Center? Mhm. Oder so? Ja. Da war ich ja, also da war ich ja in so einem chinesischen Laden. Ich glaube, ich habe mir eine Ananas gekauft. Muss nicht aus China gewesen sein. Genau. Aber warte, ich habe mir noch was anderes gekauft. Wir konsumieren die ganze Zeit made in China, immer und ärgern uns drüber, aber so essenstechnisch? Ich mache mir jetzt Freunde, keine Ahnung, es sind vielleicht 15 Millionen Freunde, vielleicht auch 30 Millionen. Taiwan ist ja Teil von China. Bäh. Also es ist die Republik China und nicht die People of China. Ich habe am Flughafen in Taiwan auf, keine Ahnung, beim Chinesen was gegessen und es war eine Suppe, nicht scharf. War natürlich einfach die Hölle und es war so mit Einlagen und hier hast du Stäbchen und so richtig wie man sich das vorstellt und sitzt und als Europäer davor und denkst dir, was muss ich jetzt machen? Und es war einfach wirklich scharf wie die Hölle. Die Chinesen, ich komme drauf, weil, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, die Chinesen sind jetzt auf dem Mond gelandet heute. Das habe ich nicht gesehen. Naja, aber auch nicht mit einer Person, sondern einfach nur mit, man muss glaube ich noch ein bisschen näher ans Mikro gehen, damit ist am besten, man nimmt den, wenn du ganz entspannt sitzen kannst, den Stuhl noch ein bisschen weiter mit vor. War das in dem gleichen Studio wie vor 50 Jahren, oder? Ne, ne, ne. Sie haben es einfach eins zu eins nachgebaut, nur billiger. Scheiße. Hätte ich selbst drauf kommen können, sorry. Und Henni, vielleicht kannst du uns ja ein bisschen was zu sagen, du bist ja in der IT bewandert und auch so ein bisschen in dieser ganzen Zukunftsforschungstechnologie-Diskussion. Was wollen die genau auf dem Mond? Ich verstehe es nicht so richtig. Keine Ahnung. Jetzt hast du mich, ja genau, ich habe keine Ahnung, warum die auf dem Mond wollen. Du brauchst den Mond für, wirst wahrscheinlich als Stützpunkt, wenn du zum Mars geben willst, weil kannst du auf dem Mond Rohstoffe gewinnen und das wird egal, Mondanziehung, also Gravitation und Rohstoffgewinnung. Also warum sollte jemand auf den Mond gehen jetzt noch? Also ich meine, die Challenge ist erledigt, jetzt ist es nur noch kommerzielle und so politische Interessen. Also auch so ein bisschen Weltmacht-Gabe, oder? Nur Image? Nee, nicht nur Image, natürlich nicht nur Image, sondern schon auch die Punkte, die Henni gerade angesprochen hat, aber auch die Nachricht, die Chinesen sind es auf dem Mond. Also ich meine, das ist halt einfach eine Ansage. Wie Alex hat jetzt ein Porsche. Ja, vor 20 Jahren haben die noch unser Billigspielzeug hergestellt und jetzt machen sie Sachen, die wir nicht mehr hinkriegen würden. Nicht mehr hinkriegen würden? Ja, wenn wir gerade da, also wenn die ESA, jetzt nur die europäische, hm. War ich schon mal? Darmstadt? Ja, also ich glaube, du wirst das schon mal nicht finanziert bekommen, so. Da weiß ich ja, wie da alle einig sein müssen. Okay, aber wer wird es technisch schon hinkriegen? Ja, aber die haben es einfach gemacht, wirst du? So, dass man da hinfliegen, ja, alles klar läuft. Ding, ding. Und Satelliten, dafür brauchst du es nicht. Für 5G brauchst du es nicht. Nee. Einfach echt nur und dann irgendwann Zwischenstationen auf dem Mars zu fliegen. Ja, gut. Hat er bei mir auf jeden Fall auch das Gleiche ausgelöst wie, aha, die Chinesen, Mensch, guck mal einer an. Alibaba, habt ihr vielleicht vorhin gehört im Intro, der Alibaba-Chef hat gesagt, AI ist für ihn nicht Artificial Intelligence, sondern Alibaba-Intelligence und Elon Musk war mit auf dem Podium, hat er gesagt, ja, möglicherweise läuft es darauf hinaus. Ohne Scheiß, es ist für mich, also, es ist immer so eine Frage, wir sind ja politisch korrekt und auch freiheitsliberal eingestellt, man könnte uns auch so ein bisschen Linksversifft nennen, aber trotzdem habe ich es so ein bisschen nicht. Henni, du dich nicht oder was? Nee. Das ist halt ein krasses Szenewort. Ja, ja, klar, aber in dieser Szene bewegen wir uns nicht, wo sowas gesagt wird, aber wenn über uns gesprochen wird und über unsere Einstellung dann ein Urteil gefällt wird, dann kann es schon sein, dass Linksversifft fällt. Nee, mich würde niemals das Linksversifft bezeichnen. Was findest du auch, dass Henni's Aussprache in den letzten, warte, 2012, 2020, acht Jahren besser geworden ist? Ja. Ja? Ganz verschieden. Ja. Nee, ehrlich gesagt, nein. Oh, ich kriege gleich aufs Maul. Nee, also ehrlich gesagt, nein, aber ich habe jetzt auch nie gedacht, dass Henni undeutlich spricht. Er hat sich vielleicht manchmal ein bisschen verhaspelt in schneller Aufregung, aber sonst. Früher? Früher? Das ist auch jetzt noch Schleiße, brauchen wir uns doch nichts vormachen. Aber das lenkt doch gerade vom Thema. Mir machen die Chinesen so ein bisschen Angst. Angst? Ja. Wovor hast du denn da Angst? Nee, warte, ich will das mal noch mit diesem Linksversifft. Das müssen wir kurz abhaken. Ja. Henni, du bist nicht Linksversifft. Dankeschön. Okay. Was ist überhaupt Linksversifft? Ähm, kritikloses hinnehmen, linker Position, ohne es zu hinterfragen. Versifft? Versifft? Das wäre für mich versifft, einfach zu sagen, ja, weil das hier irgendwie, keine Ahnung, die Baerbock sagt, bin ich auch dafür. So, also dieses Nicht-Selbst-Denken. Versifft ist überhaupt gar kein Wort, was man in Zusammenhang mit einer politischen Meinung verwendet. Das ist einfach nur, wenn sich jemand in Wier übernachstellt. Du kannst doch jedes Wort, also Versifft heißt verschmutzt und verdreckt. Genau. Ja. Warum ist Links gleich Schmutz und Dreck? Also es hängt, das wird ja nicht verknüpft. Ich habe mich gerade an Versifft aufgehangen. Ich habe mich gerade nicht an Links aufgehangen. Ich habe mich gerade nur an Versifft und das ist für mich genau so Schmutz so, ohne selbst nachzudenken. Also so mit der Vorregung, ohne selbst nachzudenken, übernehme ich einfach Position, weil es irgendjemand aus dem linken Spektrum erzählt hat. Dass die aber einfach auch mal absolute Kritze erzählen. Aber das sagt man trotzdem nicht versifft. Da sagt man halt eine Person, die nicht viel nachdenkt oder was. Das klingt nach Querdenken. Ja, okay. Ja, ein guter Punkt. Der Ding ist versifft. Und was ist mit Nazi versifft? Das würde ich auch nicht sagen. Nazi ist schlimm genug, oder? Ja. Rechts versifft. Rechtspopulistisch kann man auch sagen. Rechts. Ja, okay. Ja, gut. Rechts kann man nicht sagen. Kann man nicht rechts sagen? Eigentlich kann man auch nicht sagen. Ja, das ist echt... Also rechts und links haben wir uns jetzt drauf. Zwei Stunden diskutieren. Okay. Okay. Aber nochmal, zurück zu den Chinesen. Ja, Made in China war früher... Du hast gesagt, es macht dir Angst und ich wollte wissen, was? Bevor hast du Angst? Ja, das ist wahrscheinlich dieser kulturelle Rassismus, der anderen ein bisschen weiter oben aufliegt und dann irgendwie in diese Maghreb-arabische Richtung strömt und dann sagen wir alle, Alter, du hast noch nie mit solchen Leuten zu tun gehabt. Chill mal und sei mal nicht so ein Kack-Nazi und hier ist genug Platz und lass die mal rein. Ich glaube, irgendwie steckt bei mir sowas bei den Chinesen tief drin. Ich weiß nicht, woher das kommt. Dass du misstrauisch bist. Ja. Ich kenne auch keinen Chinesen. Doch! Ich habe an der Arbeit, also bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, der Chef von meiner ehemaligen Arbeitsstelle war auch hier gerade vorhin in diesem Trailer zu hören, der, da sind natürlich auch einige Chinesen dabei und die sind alle cool. Ja, das ist es nicht. Also mir ist es nicht der Chinese, der mir Angst macht. Ich habe auch einen Nachbarn, der ist bei uns, der hat ein chinesisches Restaurant, mit dem verstehe ich mich gut. Warum auch nicht halt. Ja, logisch, logisch, warum auch nicht. Aber ich glaube, es hat nichts mit den Chinesen zu tun, sondern eher mit dieser, mit dieser Macht, mit der wir dann eventuell irgendwann zu tun haben werden und wo jetzt auch schon Hände gehoben werden und gesagt wird, pass mal bitte auf mit 5G. Aber genau, hast du, hast du Angst vor so schlechter Technologie, die dich beeinflussen wird oder hast du Angst vor einem Krieg oder hast du Angst vor... Ich habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, Angst ist sowieso krass. Sorge, würde ich sagen, vor diesem politischen System, das ja expandiert, natürlich in Zeitlupe. Mit Hongkong haben wir das gesehen, dass das ja auch echt ein paar Jahrzehnte gedauert hat, bis dann tatsächlich sowas Fuß gefasst hat. Also keine Ahnung, ob wir das erleben. Aber ich mag nicht, wenn irgendwer so ein scheiß System fährt und trotzdem imperialistisch ist. Das haben wir ja hier in Deutschland erlebt. Ich will jetzt natürlich nicht die Chinesen gleichsetzen mit dem Dritten Reich, aber ich finde es trotzdem echt scheiße, wie die mit Meinungsfreiheit, mit Minderheiten umgehen und darauf habe ich keinen Bock. Die Sorge ist quasi, dass China Macht über dich hat und dich genauso behandelt, wie es im Moment seine Staatsbürger und Bürgerinnen behandelt. Auf lange Sicht. Vielleicht nicht mich, aber mein Sohn. Ja. Und wenn es jetzt nicht so Altbacken 2019 mäßig dann irgendwann sein wird, dass die halt sagen, okay, wir setzen Politiker ab und setzen unsere eigenen Politikerinnen und Politiker ein, sondern eben über Technologie gefahren wird, aber es ist ja trotzdem dann eine Art von technologischer Expansion, die ja auch Auswirkungen hat. Kommst du jetzt mit Amerika oder was? Ich komme natürlich mit drei verschiedenen Paar Schuhen. Das erste Paar Schuhen ist persönliche Erfahrung mit Chinesen. Ich glaube, wir kennen alle freundliche Menschen, egal wo die herkommen. Ich reise ziemlich viel, leider jetzt gerade nicht, aber ist auch egal. Und bei Chinesen immer so als Gruppe auftreten, haben die, glaube ich, echt einen schlechten Ruf, auch bei mir. Du kommst irgendwo hin und dann sind wir gleich wo fünf Busse mit zehnmal so vielen Leuten, wie in so einem Bus passt, so gefühlt, ja, und stehen dir im Fotomotiv und hast du nicht gesehen. Aber das ist ja nur die, so, ne, das sind einfach zwei Milliarden Leute. Sie stehen dir im Fotomotiv, weil du ein Foto machen möchtest. Ja, genau, und allen anderen auch und sind laut und höchstwahrscheinlich, was andere Leute halt über Deutsche sagen oder über Franzosen. Das ist jetzt auch, genau, das ist nur eine reine persönliche Wahrnehmung und gar nicht das, also die erste Betrachtung, wenn es für mich persönlich ums Thema China geht. Irgendwann ist halt gerade was Spannendes gesagt, ich glaube, irgendwie Kolonialthema oder Ist es jetzt gerade das erste Paar Schuhe gewesen? Das war gerade das erste Paar Schuhe. Dass sich die Chinesen auch ab und zu nerven? Ja, krass sogar. Wegen der Fotografie? Ja, und weil es einfach viele sind und die sich nicht benehmen können und schmatzen und also so, die haben halt ein anderes Hygieneverständnis als wir, was sie auch in der Öffentlichkeit ausleben. Und da kriegt man halt... Ist das jetzt Vorurteil oder ist das wirklich erlebt? Erlebt. Sag mal ein Beispiel. Weißt das? Also so, wenn du einfach stundenlang neben jemandem sitzt, der die ganze Zeit schnolz und macht, ist halt irgendwann, also... Ja, keine Ahnung. Es ist ja gesund. Und vielleicht hast du ja auch, vielleicht machst du ja auch Sachen, die die Chinesen... Auf jeden Fall. Werd ich machen. Werd ich machen. Hände waschen. Genau. Ja, er ist jetzt schon völlig geschockt und überlegt, dass es mit dem Podcast eine gute Idee war hier. Nee, alles gut. So, jetzt ist das mal. Das Setting wird links versifft geklärt. Das war noch nicht mehr angefasst. Ah, sehr gut. Sehr gut. Das zweite Thema ist Kolonialismus. Aktuell sind wir ja dem westlichen Kolonialismus unterworfen, und mit wir meine ich schon die EU, also der westliche Teil von Europa. Du meinst den Einfluss durch Amerika? Genau. Nee, 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 nicht NATO. Wir können dem Kind ruhig den Namen geben, dem Herrscher, der Kolonial macht, das ist ganz klar die USA. Und warum sind wir den unterworfen? Weil wir Apple-Geräte haben? Weil wir den Krieg verloren haben. Ja, nee, ja, auch. Und weil das früher auch schon eine gute Idee war, du brauchstest halt einen anderen Block zum Warschauer Pakt und so. Also vor 30 Jahren ist das einfach eine andere Diskussion als jetzt. An dem 5G-Thema kannst du es relativ gut festmachen. die Amerikaner forcieren, dass alle Verbündeten und damit auch die gesamte EU keine chinesischen Produkte, zum Beispiel Mobilfunknetz, einsetzt und argumentieren mit Überwachung. Gleichzeitig ist durch Snowden bekannt, dass die amerikanischen Hersteller dieser Technologie selbst redend Hintertüren einbauen. Und das war es vor ein paar Wochen, war Juniper Networks im, ich glaube im Kongress oder irgend so ein Unterding vom Kongress und haben das zugegeben. Ja, Medienresonanz in Deutschland Zero. Ich habe es tatsächlich überhaupt nicht mitgekriegt. Tuniper Networks sind die 5G-Anbieter. Auch, also die bauen Router, die auch in Deutschland eingesetzt werden, die quasi hinter den Antennen sitzen. Also du hast ja Mobilfunk, dann hast du irgendwann quasi Internettechnologie im 5G und das baut Juniper. Also die bauen so, was du zu Hause als Fritzbox hast, gibt es natürlich in Groß für Hunderttausende von Euro. Sowas baut Juniper. Und das wird hier? Und die haben Backdoors von der NSA. Das ist einfach öffentlich zugängliches Wissen. Also seit Noten öffentlich-öffentlich und davor war es so halb-öffentlich. Genau das gleiche wie Cisco ist einfach der Alternativanbieter. Und jetzt sagen die Amis, nimm doch bitte unsere Hardware mit diesen Backdoors von uns anstatt von den Chinesen, wo man es nicht weiß. Ja, also natürlich Also ich meine, wir haben halt schon auch eine Partnerschaft mit Amerika. Ja, aber Ich will jetzt nicht sagen, dass wir keine Angst vor dem NSA haben müssen, aber so wird bestimmt argumentiert. Oh, wir sollten Angst vor dem NSA haben. Ja, klar, auf jeden Fall. Das meine ich auch. Aber so wird bestimmt argumentiert, dass wir halt eh eine Partnerschaft haben. Genau, dass wir unter Freunden uns ja nicht ausspionieren, so wie Angies Telefon. So, ich hoffe, jeder weiß auch, was ich jetzt gerade referenziere. Genau, also das ist Und ja, natürlich sollten wir Angst in Anführungsstrichen vor Sorge vor allen Supermächten haben. Die Supermacht ist nie gut, solange es ein schwaches Europa gibt und das mit den Europa- und Nationalstaaten wird nie stark genug sein, um gegen USA oder China zu bestehen. Ja, also auch mit den Streitereien, die du jetzt mitkriegst. Ja, also wir haben gerade die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja, und entweder wir entscheiden das oder Pest oder Cholera wird es einfach unter sich entscheiden. Das ist meine Wahrnehmung. Und mit beiden bin ich nicht glücklich. Ich will weder den einen noch den anderen. Was los ist denn das? Ich suche Tabak. Warte. Tabak, hier im Studio darf geraucht werden, oder was? Mhm. Na gut. Ömmes. Ich weiß noch, mein Opa hat mal mit Ömmes gemeinsam an der Bushaltestelle gestanden, weil Ömmes uns abholen wollte von irgendeiner Klassenfahrt und Ömmes ist nicht mitgefahren, weil er in einer anderen Klasse war als wir beide, hey. Und da hat mein Opa gesagt, so, wie viel rauchst du so? Und da hast du gesagt, so und so viel. Und das sind so und so viel Euro und so und so viel Mark sind das, da hättest du dir schon ein neues Fahrrad kaufen können. Und da hast du meinen Opa gefragt, aha, und was haben sie mit dem Geld gemacht? Echt? Ja. Mit 14, 2012, da warst du 14 ungefähr, auf einmal schon sehr schlagfertig. Den alten Mann schachmatt gesetzt. Ja, ja. Der alte Mann fragt immer noch mal ab und zu nach dir. Cool, was erzählst du denn? Ja, raucht immer noch. Ja, aber was soll ich sonst sagen? Ich meine, der ist jetzt Fotograf, sage ich ihm, und dann denkt er, du hast das auch schon dreimal gehört, und macht Passfotos. Ja, kriegst du hier. Okay. Also, sollte ich meine Sorge, die ich habe, auch in Richtung Westen öffnen eigentlich, Tjeni, ja? Die solltest du schon längst vorher in Richtung Westen entwickeln. Habe ich aber nicht so geöffnet, wie ich das jetzt hier vor einer wahrscheinlich eher unbekannten, da sind wir wieder bei dem unbekannten Ding, habe, weil ich natürlich mit den Amis aufgewachsen bin. Ja. Ist ja so eine... Wir sind mit den Russen aufgewachsen, oder was? Nee, 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 nee. Da waren wir sieben. Zur Wende. Ich bin nicht mit den Russen aufgewachsen, Henni. Ich bin mit der Treuhand vielleicht noch aufgewachsen, und das war auch schon gar nicht mehr Russland. Ja, das ist natürlich richtig. Und ja, danach sind wir natürlich amerikanisch sozialisiert worden. Ja, auf jeden Fall. Das war immer der Freund. So, hier bei Konka, da waren die Blauen, waren die Amis, und haben immer die Blauen gespielt. Ah, und also ich meine, und die Chinesen machen das natürlich, die Chinesen, das ist komisch, die Regierung, da macht das natürlich subtil, ne? Wie heißt denn die chinesische Regierung? Die hat bestimmt auch so einen Namen, oder? Die Volkskammer? Jet Li. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach die chinesische Volkskammer. Nee, das ist das Parlament, aber das ist natürlich die Regierung. Die tagen zweimal im Jahr für ihre Zehnjahresplan. Das ist gerade gefährliches Halbwissen, aber das ist, der Bundestag macht ja auch nicht die Tagespolitik in Deutschland. Macht ja die Regierung. Okay, wollen wir uns für diesen Podcast vielleicht vornehmen, das beides gleichermaßen kritisch zu betrachten, um unsere Hörer, wenn wir denn welche haben sollten, auf dem Stand zu halten, inwieweit Großmächte imperialistisch, wahrscheinlich dann eher technologisch, imperialistisch auf uns wirken? Auf jeden Fall. Und auch wenn ich gerade für eine Angst gegenüber USA auch plädiert habe, für mich sind die Chinesen natürlich das viel, viel größere Risiko, weil die erstens intelligenter sind und die haben so viel Kohle, so verdammt viel Kohle und die haben sich die Ressourcen unter den Nagel gerissen, die haben halb Afrika aufgekauft. Das ist das, was ich meine mit die machen es intelligenter. Das ist die größere Bedrohung, als die USA jemals sein konnte. Einfach aus Cleverness raus. Da würde ich aber schon auch gerne nochmal grundsätzlich darüber diskutieren, inwiefern Weltpolitik eigentlich so ein ganz persönliches Leben beeinflusst. Also klar, 5G, solche Sachen abhören. Relativ wenig, ne? Relativ wenig eigentlich. Gefühlt relativ wenig, ja. Also ich versuche zu vermeiden, Made in China Produkte zu kaufen. Warum? Weil mir das schon viel zu häufig passiert ist, ohne das zu wissen. Und das ärgert mich, weil dafür Produkte über einen halben Globus geschifft und geflogen werden mussten. Das finde ich nervig. Und ich möchte auch die heimische Wirtschaft stärken. Mit heimisch meine ich EU-Wirtschaft stärken. Aber bei den USA habe ich ja trotzdem Apple. Also ich glaube, uns gegenseitig die Mobile Call voll vorzuhalten hilft nicht. Weil wenn wir die Diskussion weitermachen würden, ziehen wir uns mal unsere T-Shirts aus und unsere Hosen und gucken auf das Etikett, was da draufsteht. Aber es ist aber trotzdem Anfang, über irgendeinen Punkt einzusteigen in diese ganze Diskussion. Weil Ziel sollte schon sein, dass wir unsere Shirts und Hosen ausziehen können irgendwann und sagen, jo, kann ich sehr gut mitleben. Glaubst du, dass so eine Firma wie Amazon die Power hätte, um Sachen zum Guten zu verändern? Nein. Nein. Die gleiche Antwort würde ich bei jeder Firma geben. Weil software Faktoren wie Klima wird immer Fairholder Value geopfert werden. Wenn es heißt, Klima oder Dividende, werden sich Reiche und Einflusshaber immer für Dividende entscheiden. Das musst du staatlich vorgeben. Um ehrlich zu sein, würde ich gerne, ich würde von Amazon nochmal ablenken und nochmal 10 Minuten zurückspringen. Vor 10 Minuten stand die Frage im Raum, sind wir von Weltpolitik betroffen? Ihr habt beide so Nein gesagt. Nee. Ja, Nein. Ob wir unser Handeln, also inwieweit das wirklich einen aktiven, bewussten Einfluss hat auf unser Leben. Ah, genau, das war die Frage. Natürlich. Umweltpolitik ist Weltpolitik. Ja. Ja, wenn wir da nicht das Zusammenhängen kriegen, ja, wir können in Deutschland die 2% CO2, die da immer im Raum stehen, einsparen. Und da bin ich bei den ganzen Idioten, das hilft nicht. Ja. Ja, wir brauchen alle an Bord, alle 8 Milliarden. Oh Gott, jetzt wird dieser Podcast so depressiv gleich. Nee, 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 damit gehen wir raus. Das war unsere erste und einzige Folge. Wir hatten ja vorhin einen lustigen Witz mit diesem, was wir in der Küche hatten. Nee, hast du voll recht. Auf jeden Fall der Punkt, der muss angeführt werden. Nee, reden wir jetzt nicht drüber. Das ist immer miss. Ach so, vorhin. Vorhin, als wir Pizza gegessen haben. Top Ernährung heute. Ja. McDonalds zum Mittag. Ich hab heute Morgen Müsli gegessen. Ja. Ja. Ich hab Joghurt gegessen, aber. Und ich hab, ich hab einen Stangensellerie Smoothie gedrungen. Echt? Jetzt hast du gewacht oder was? Ja, der Stanz macht mir seit einer Woche jeden Morgen einen, warum auch immer. ich weiß nicht. Aber es hat nämlich jemand kennengelernt, der macht das jeden Tag und demjenigen Steinzeit kennengelernt. Ach so, ja, hat sie kennengelernt und sie hat Krebs und ihr geht's top. Aber das muss man voneinander trennen. Also sie hatte einen Brustkrebs, die Person, und hat den besiegt, wie man so sagt und hat, also weil es eh eine sehr körperbewusste Person ist, hat sie angefangen über Monate hinweg jeden Morgen einen Glas Stangenselleriesaft zu trinken. Ich glaube nicht, dass das verkehrt sein kann. Naja, fühlst du dich schon ein bisschen fitter jetzt? Ähm, ich, ja, aber ich weiß nicht, ob das was mit dem Stangenselleriesaft zu tun hat. Das wird am Ende jeder sagen. Ja, naja, man weiß es nicht. Das ist okay. Kommen wir später nochmal zu. Aber dann, dann, ähm, vielleicht steigen wir wieder zurück bei dem. Beim grünen Thema, oder was? Nee, Weltmacht. Ja, klar, aber wir müssen im ganz kleinen anfangen und es braucht halt jemanden, der, der vorne weg geht. Deswegen sage ich ja auch, wenn das so eine große Firma macht, wäre das schon mal was geholfen. Aber natürlich braucht es Politiker, die, oder eine Legislative, die da was vorgibt, damit am Ende des Tages die Unternehmen sich darin richten müssen oder danach richten müssen. Wenn wir das machen würden, wäre ich ja bei dir, dem auf Elfete die Kohle und, ähm, auch den Einfluss und auch den Lobbyisten Einfluss. Ähm, aber da bin ich Kulturpessimist. Sie werden es nie machen. Ja, aber Leute, wir haben uns ganz zu Anfang des Podcasts darüber unterhalten, dass irgendwie 30.000 Corona-Gegner auf der Straße bewirken können, dass Weihnachten vielleicht doch nicht abgesägt wird, sondern dass alle ihr Festchen zu Hause feiern können und jetzt sagt ihr, ach, das müssen die anderen machen oder was? Äh, nee, dann hast du aber meine Argumentation gerade nicht mitgekriegt. Ähm, natürlich müssen wir das machen, also die 8 Milliarden. Ähm, aber um die Politik zu bewegen, so wie das die Corona-AktivistInnen machen. Genau, da hat natürlich der Amazon oder Big Business einen viel größeren Hebel. Sie werden diesen Hebel aber nicht drücken. Das möchte ich erst noch sehen. Oh, ich bin ja immer für Wetten. Ja, lass doch mal Wetten. Lass doch mal Wetten. Lass doch mal Wetten. 20, 25. Und vor allen Dingen, was willst du denn Wetten jetzt? Dass du den Hebel drücken. Ne, wir willsten das messen. Bitteschön, den Hebel drücken. Also beispielsweise könnte ich mir vorstellen, das bleiben wir bei diesem Unternehmen, dass sie einführen, dass man auswählen kann bei der Bestelloption, ob man seine Produkte vielleicht ein bisschen später bekommt, dafür aber im, ich nenne es einfach mal Sammeltaxi. Ja? Dass nicht extra meinetwegen jemand in die Innenstadt fahren muss, sondern das kommt eben am Amazon-Tag, der ist keine Ahnung wann und da wird dann eben aber alles gleichzeitig ausgeliefert. Und das ist jetzt nicht nur für Leipzig-Blakwitz der Fall, sondern für die verdammte Welt. Überall, wo die, wo sie arbeiten, führen diese Optionen an. Das gab es doch mal, es gab doch mal die Option, so viel wie möglich Artikel in einem Paket verschicken. Genau. Oder gibt es nicht mehr. Oder beispielsweise, keine Ahnung, beispielsweise recycelbare Verpackung. Oder nur noch Wasserstoffautos in der Flotte. Ich mache es ja einfach, wir machen das nur für Berlin. Ob es dieses Produkt, was du gerade beschrieben hast, Wasserstoffauto-Zustellung an nur einem Tag in der Woche in recycelten Produkten, Verpackung, nur für Berlin. Ja, macht es einfach, weil das ist für Kat Bandur einfach richtig schwer umzusetzen. Gibt es bis 2025 nicht. Gibt es bis, ja. Okay, Wasserstoffautos ist auch wirklich schwierig, aber vielleicht Wasserstoffschiffe. Ne, sagen wir einfach, eine umweltfreundlichere Transportmöglichkeit als heute. Aber wichtig ist, finde ich, die gesammelte Zustellung. Das ist ja quasi, das wäre ja die Option gegen das Geschäftsprinzip von Amazon, dass alles sofort bei dir ist. Wir sind gerade wieder voll in der Falle. Wir diskutieren Umweltschutz mit, wir müssen Energiesparlampen verwenden. Ne. Ja, doch. Also, weil die Diskussion ist ja... Wir müssen unsere Bedürfnisse zurückschrauben. Ja, genau. Wir müssen unsere Bedürfnisse zurückschrauben und lokal einkaufen. Also eigentlich muss ja die Maßgabe sein, Online-Handel auf den, auf den Maß von vor einigen Jahren wieder zurückzuführen. Wir kommen ja nicht weiter. Wir kommen ja nicht weiter. Wir können das auf jeden Fall, wir hätten das auf jeden Fall auch im Auge behalten, aber jetzt da irgendwelche messbaren Kriterien zu definieren, das wird uns nicht gelingen. Keine Witte, ich bin traurig. Keine Witte. Du hast vorher nochmal die bösen Demonstranten angesprochen. Ich war gestern auf dem Bahnhof mit meinem Sohn, einfach weil es spektakulär ist und der Zoo ja gerade geschlossen hat. Der Bahnhof gibt definitiv was her für kleine Kinder. Und ich habe jetzt einen Trick eingefallen, wie man so Maskengegner ein bisschen ärgern könnte. Und zwar gestern wieder, also man läuft ja ab und zu durch die Stadt, auch schon vor Corona und sieht Leuten an, dass die irgendwie dumm sind. Schwierige Aussage, Alter. An was? Weiß ich auch nicht. Was heißt denn dumm? Die Maske, dass man sich mit denen unterhält auf einer Party und nach zwei Minuten sich denkt, boah, mir kommt nichts rüber und es ist langweilig und du hast auch schon was erzählt, was definitiv nicht stimmt. Irgendwie mangelt es an Bildung und an Bock auf Einsicht. Was siehst du Leuten an? Meine ich zu sehen. Natürlich sehe ich das nicht Leuten an. Das ist natürlich von mir ein Vorurteil. Ja. Logisch. Jetzt mit der Maske meine ich auch, ein Kriterium mehr zu haben, um das einschätzen zu können. Weil wenn die die Maske nämlich so halb übers Gesicht und so ein bisschen über den Mund und erst recht nicht über der Nase haben, dann ist das für mich aktuell zumindest nach Stand der Wissenschaft, die ich so verfolge, ein Kriterium für mangelnde Aufklärung. Hast du deine Maske schon mal vergessen jetzt die Tage? Ja, aber da bin ich wieder zurückgegangen oder habe mir einen Schal so krass übers Gesicht gezogen, dass da war auf gar keinen Fall Raum für Diskussion. Ich sah aus wie ein Taliban. Ich habe auch zweimal die Situation, dass ich meine Maske festhalten habe und dann habe ich mir dieses Haltstuch mir so ins Gesicht gezogen, was dann aber auch so halt nicht richtig tight sitzt. Ja, aber du hast es über die Nase, oder? Ja, natürlich über die Nase, aber trotzdem ist das ja ein Scheißhandschutz. Und da dachte ich mir auch so, okay, wenn das jetzt jemand sieht, dann denkt der so, ich scheiße wahrscheinlich drauf und ziehe mir ein Stück Stoff vor die Nase. Also ich rede nicht von sowas, Maske vergessen, sondern ich rede von Leuten, die tragen ihre Maske, aber so bewusst schlecht. Aber ich wollte sagen, das gibt es auch schon. Es gibt auch schon Leute, die sagen, ah, der zieht hier nur so ein Tuch hoch und was ist denn das für ein Idiot und so. Und dabei würde ich jetzt nicht sagen, dass ich diesbezüglich ein Idiot bin. Und deshalb finde ich diese Vorverurteilung schwierig. Du wolltest aber irgendwas anderes erzählen. Ja, ach man, ey, ohne Scheiß. Dieses Mädel, der habe ich angesehen irgendwie, du bist zwar eine heiße Schnitter, aber du hast echt nichts im Kopf. Dann drücke ich es politisch korrekt aus, damit sich auch niemand da draußen aufregt. Es gibt auch so Typen, denen sehe ich an, ey, du bist echt ein heißer Typ. Ja, du hast echt irgendwie alle Attribute, die es braucht, um ein Instagram-Model zu werden, aber du hast echt nichts im Schädel. Das macht jetzt nicht besser, oder? Natürlich kann ich damit Unrecht haben. Ja, aber das ist ja trotzdem, ich bin doch ja auch in diesem Podcast mit euch zusammen, um jetzt mal auch vielleicht Schwächen mir einzugestehen. Und jeder, der sich da draußen hinsetzt, ich bin immer politisch korrekt und sowas passiert mir nicht, glaube ich nicht. Der sagt es vielleicht nicht, aber der hat trotzdem gewisserweise aus Erfahrungen in seinem Leben gelernt und zieht einfach, weil es schneller geht, voreilige Schlüsse. Der weiß aber auch, dass er damit falsch liegen könnte und das weiß ich auch. Ja, und das sollte man doch, also, das ist jetzt ein Zweigthema. Ja, es ist ein Zweigthema, aber ich bekomme durch Leute, die ihre Maske bewusst unter der Nase tragen, ein Einschätzungskriterium mehr an die Hand für diese These. Denn die Leute haben die These, dass die Leute offenbar nicht die cleversten sind. Weil wenn ich gerade in der Pandemie durch eine enge Stelle im Bahnhof laufe, dann bin ich ein Risiko für mich selbst, aber auch für andere. Ja, und erst recht, wenn ich jung und frisch bin und es vielleicht nicht unbedingt symptomatisch ist, aber ich trotzdem mit meiner Freundin hier neben ganz laut plaudern will. Und ich habe dann gestern einfach direkt einziehen lassen. Der lag mir gerade. Normalerweise drücke ich den weg, aber ich dachte mir, ey, gut, wenn du jetzt gerade deine Maske nicht über die Nase tragen willst, Pech gehabt. Und das ist auch vielleicht ein kleiner Lifehack für euch da draußen, wenn ihr es mal irgendwelchen Leuten, die ihre Maske nicht über die Nase tragen, heimzahlen wollt, einfach rauslassen. Wenn du kannst. Wenn du kannst. Ich finde ja, also, ich gebe dir natürlich recht, dass man Leuten gegenüber, die an öffentlichen Orten mit vielen Menschen keine Maske tragen, dass das nicht die cleverste Option ist heutzutage. Aber man sollte tatsächlich auch verschiedene Lebensrealitäten wahrnehmen oder quasi offen lassen, dass die Leute einen Grund haben, warum sie das nicht tun. Wie gut oder schlecht der Grund, das ist erstmal dahingestellt. Aber die Leute sind überzeugt davon, dass sie das jetzt so tun müssen oder sie denken, dass es so sein muss. Und ich finde, es gibt so immer das Gedankenspiel zu sagen, wenn ich du wäre, würde ich das wahrscheinlich genauso machen mit all seinen Konsequenzen. Also wenn du wirklich diese Person wärst und wenn du wirklich diese Meinung hättest, dann würdest du das wahrscheinlich genauso machen. Also man kann irgendwie, finde ich, alle nachvollziehen. Deshalb, finde ich, darf man, das heißt, man darf die nicht verurteilen, das ist natürlich falsch. Man darf natürlich eine eigene Meinung dazu haben und man darf auch mit denen drüber diskutieren. Aber die so direkt abzuwerten, nur weil sie jetzt keine Maske aufhaben, finde ich zu schwierig. Aktuell. Weiß ich nicht. Also ich, Henni hat vorhin von seiner Familie und von den über 80-Jährigen gesprochen. Wenn das dazu beiträgt, dass Leute erkranken, dann ist das für mich ein Verurteilungsgrund. Aktuell in der Pandemie. Also klar, ich kann total daneben liegen mit meinen Vorverurteilungen, von denen ich mich nicht freimachen kann, aber es versuche auf jeden Fall, indem ich die einfach nicht habe. Aber ich habe natürlich Vorverurteilungen, auch wenn die Pandemie nicht läuft und da kann ich daneben liegen. Ich habe lange genug im Fußballverein gespielt und habe lange genug Leute beim ersten Mal gesehen und dachte mir so, okay, alles klar. Und dann haben sich die aber echt als clevere, witzige und auch einsichtige Menschen herausgestellt. Aber manchmal ist es eben so, dass sich das auch bestätigt, was ich da sehe. Und warum hat man denn Vorurteile? Weil sich im Kopf irgendwie über die Laufe der Jahrzehnte Muster erstellt haben, auf die man jetzt über den Umweg außen schnell dran vorbei an den ganzen Ifs dann eben Sachen bewahrheitet haben. Ich mache es ja ähnlich. In meinem Alltag würde ich das, glaube ich, immer anders benennen, wenn ich darüber spreche. Weil du Angst hast, dass es dem nicht gerecht wird. Weil man nicht einfach sagen kann, das sind alles Idioten. Warum nicht? Weil du die Leute nicht kennst. Du weißt nicht, was die dazu bewegt. Du hast eine Vermutung. Du hast Sachen gelesen, die dich... Aber kann man nicht sagen, ich glaube, ich glaube, das ist ein Idiot. Weil glauben heißt nicht wissen. Wie geht es weiter? Weiß nicht. Ja, ja. Kinderzimmer Productions. Ja, also wenn ich... Und ich bin ja, ich bin ja, würde ich von mir behaupten, ein sehr einsichtiger Typ und ich bin auch neugierig und auch um meine Vorurteile zu bestätigen beziehungsweise zu falsifizieren, komme ich mit solchen Leuten eher mal in Kontakt als mit Menschen, die so sind wie ich. Weil das ist eher im Zweifel langweilig. Und da kommt es halt immer mal wieder vor, dass sich sowas eben bestätigt. Ja. Dann habe ich eigentlich noch das Argument, Sprache macht... Gesellschaft. Sprache macht Leben. Sprache macht Welt. Sprache macht Welt. Wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, wenn das jetzt hier fünf Leute hören und du sagst, das sind alles Idioten, dann stellen wir dir das vielleicht auch schneller so ab. Ja. Ich werde auch als Idiot abgestempelt von anderen Leuten. Aber, also ich meine, wir können jetzt darüber diskutieren, ob Open Air Maske tragen sinnvoll ist oder nicht. Nee, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Bei Laufen, genau. Aber dem Fakt selber, also will ich irgendwie in geschlossen Räumen, jemanden im Bahnhof sehe, also ohne Wind und so, ja, das Setting ohne Maske und auch so, der sieht ansonsten gesund aus, ja, also hat keine irgendwie medizinische Indikation, da das nicht machen zu können. Dann verstößt, also dann sieht er offenbar Fakten nicht. Und auch Regeln? Die Regeln sind mir egal, also die Fakten nicht. Und jemand, der Fakten nicht sieht, ist ein Idiot. Von daher möchte ich da Alex einfach wirklich zustimmen. Und das ist die Radikalität, die ich meine. Dem kann ich einfach sagen, du bist kein Schönes. Ich glaube, es geht es nicht darum, dass diese Maskenverwalgerer jetzt irgendwie von mir abgestempelt werden, sondern es geht ihm eher um diese erste Aussage, die ich getroffen habe, dass ich Leute sehe und meine, ihnen schon an der Nasenspitze anzusehen, ob die irgendwie nicht ganz dicht sind. Es geht mir um die Art, wie man darüber redet, dass man jetzt nicht sagt, ich bin da lang gegangen und habe diesen Das gesehen, das sind doch alles Idioten, weil das einfach zu undifferenziert ist. Es geht mir darum zu sagen, hey, die hatten keine Maske auf, das fühlt sich für mich so und so an. Also da einfach ein bisschen sachlicher ranzugehen, weil das andere ist so eine kämpferische Haltung, die, glaube ich, die wir gerade nicht brauchen, weil davon gibt es genug. Das ist für mich kein Argument. Für das brauchen wir nicht. Fühlt sich nicht gut an? Kämpferische Haltung brauchen wir nicht, weil davon gibt es genug, ist für mich kein Argument, warum man diese Haltung nicht braucht. Aber man kann, also man kann einen Wissensvorteil auch anders argumentieren, als über eine Degradierung der Personen, die vermeintlich unwissend sind. Ja, Wissen macht Sprache, ja, aber auch, es ist irgendwie, ich kann es noch nicht in Worte fassen, was mich daran stört und wir haben schon vor Jahren über Dinge gesprochen, die man vermeintlich nicht sagen kann und wie gesagt, du bist ja hier in unserer Runde der Gender Saturn. Naja doch, in unserer Runde schon. Merkt man ja gerade. Ist ja auch okay. Es ist auch wichtig. Hier geht es gerade gar nicht mit Gendern. Nein, es geht aber um politisch korrekte Sprache und um Sprache, die Auswirkungen hat und da war vor Jahren Gendern ein Thema und ich habe mich schwer getan und irgendwann habe ich dann auch gesagt, okay, du hast recht, es macht was, es tut was mit der Welt und ja, hast du jetzt, hast du jetzt Recht mit, man sollte nicht den Stab über Leute brechen, die man nicht kennt, zumindest nicht so intensiv, wie ich es vielleicht aktuell tue, kann ich drüber nachdecken, ja. Aber seit wann ist es dann verkehrt, Leute, die Wissenschaft nicht akzeptieren, als dumm zu bezeichnen? Das ist immer noch der Punkt, den Immes glaube ich auch gar nicht meinte, oder? Naja, doch, ich meine, dass da so eine Überlegenheit mitspielt, dass du halt sagst. Ich bin überlegen, aber Moment, ich bin natürlich überlegen, wenn ich Wissenschaft dann erkenne, oder, also ist die Erde eine Scheibe und dreht sich die Sonne um die Erde oder andersrum. Sehr schön. So, haben wir jetzt bei der Wissenschaft, ist das Interpretation und Glauben? Nee. Oder ist das, ist nachprüfbar? Aber, nee, ich will ja, ich will ja eigentlich, also ich habe jetzt hier einen viel zu starken Standpunkt, den ich, nee, ich finde das sehr gut, dann warte mal, dann darfst du noch den Standpunkt abschwächen kurz. Warte, bei Gender-Diskussionen ist das ja, Gender. Gender. Gender, Gender, weh schon. Gender-Gründer, läuft ein Mann durch den Bein auf. Gender-Diltschuhl. Bei Gender-Diskussionen hilft ja, die harte Art zu argumentieren. ganz klar. Und da gibt es ja dummerweise tatsächlich keine, keine 0 und 1 Betrachtung, ja. Bei Masken gibt es 0 und 1 Betrachtung. Kann ich schwarz und weiß angucken. In der Soziologie gibt es auch bei Gender-Diskussionen über Befragung 0 und 1 Betrachtung. Ja, okay, genau. Von daher argumentiere ich es also hart. Das ist ja keine Religion. Wir argumentieren nicht über irgendwie Auslegungen vom dritten Buch Moses. Aber worum geht es denn dir? Dir geht es bloß darum, dass man nicht so böse sein soll. Nee, ums Fronten aufmachen. Ums klar sagen, ich bin auf der Seite und wenn du nicht bei mir bist, dann bist du einfach doof und scheiße. Weil das macht es extrem schwierig, ans Ziel zu kommen und zu überzeugen. jemanden zu überzeugen oder jemandem zu zeigen, ey, pass auf, ich würde gerne mit dir reden oder was auch immer. Muss ja jetzt nicht reden sein, aber du bist, du verschließt dich einfach, weil du... Das ist gut. Ich hatte mit Alex vor vielleicht anderthalb Monaten eine Diskussion, die bestimmt auch viele schon kennen, sollte man mit Nazis reden. Mein Gott. Ja, voll gut. Ich bin natürlich nicht Nazis auf den Kopf hauen und weitergehen. Bist du nicht oder bist du? Das ist meine Meinung. Gewalt antun. Keine Ahnung. Ja, das ist deine Meinung. Ja, was soll ich mit denen diskutieren? Die sind halt dumm. Also ich kann die nicht mehr, ich kann die nicht zum Vater Tugend zurückführen. Das ist auch nicht meine Mission, ja. Aber jemandem, der einen Holocaust leugnet, was soll ich mit dem reden? Und jemand, der Sinnhaftigkeit von masken geschlossenen Räumen wegdiskutieren will, warum soll ich mit dem reden? Da bin ich im Praktischen, bin ich da völlig bei dir. Das würde ich mir auch nicht zutrauen, quasi die Leute zu überzeugen. Obwohl, naja. Doch. Unbedingt muss man mit denen reden, Immer wieder. Nein, aber ich kann so eine Grenze hoch. Ich kann einfach sagen, hier Arschloch, verpiss dich, geh aus meinem Sichtfeld. Du bist dumm. Das muss man auf jeden Fall manchmal machen, gebe ich dir recht. Aber nur für sich selbst und nicht für die Sache. Das kann man für sich selbst machen, damit man nicht durchdreht, aber es bringt überhaupt nichts, pro forma Leute von der Diskussion auszuschließen und deswegen sehe ich diesen Punkt, den du machst, mit diesem Fronten aufbauen, schon auch für sich selbst. Handy. Aber das ist jetzt, vielleicht ist das ein, vielleicht sollten wir mit diesem Thema, mit Nazis reden, einfach bei der nächsten Folge weitermachen. Wir haben noch keine Telefonnummer. Handy, kannst du schnell möglichst mal irgendwie eine SIM-Card herstellen, dass wir eine Telefonnummer, aber haben wir jetzt gerade nicht. Nee. Können die Leute irgendwas an uns schicken? Sollen wir mal einen Twitter-Account aufsetzen? Ach Gott. Auch nicht? Ich glaube für die Erste, uns wird keiner hören. Okay. Außer wir drei. Wie viele Abrufe haben wir bis zum nächsten Mal? Fünf. Ja, ich höre es mir mindestens einmal an, vielleicht sogar zweimal. Also wir nehmen mal die Zahl minus zehn. Okay. Also die Zahl, die bei Spotify steht, minus zehn, weil das sind wir. Wir testen und so weiter. Was steht da für eine Zahl? Zehn. Dann sind es null Abrufe. Okay, also noch keine Telefonnummer, aber wir können es auch trotzdem beim nächsten Mal darüber weiter diskutieren. Okay. Wenn du sagst, du? Fünfzig? Mama? Papa? 40 Nazis, die da zu uns kommen. Ey, sag mal, ich will mit euch reden. Und ihr Bier habe ich gehört. Übrigens haben wir nur Scheißbier, Bier ist scheiße. Das Butter schmeckt ganz gut und dein Becks schmeckt wie ein Becks. Ich habe Pratler und ich habe da nebenbei noch Tee getrunken. Der Tee war besser als das Neumarkter Lamsbräu-Radler. Henni, das erste Wort des Jahres wurde im Jahr 1971 Ich dachte 78. Ich weiß, 71 verkündet. Welches Wort war das? Das ist ein Adjektiv und hat so ein bisschen mit Summer of Love zu tun. Im Jahr 1971 wurde zum ersten Mal das Wort des Jahres aufmüpfig. Echt? Dann gab es aber eine sechsjährige Pause und erst 77 ging es weiter mit dem Wort Szene. Oh mein Gott. Dann 78 konspirative Wohnung 79 Holocaust 80 Raster 79 Das ist meine Mission vor heute Abend. Warum war 1979 Holocaust in der nächsten Folge? Also konspirative 78 RF das kann man sich ja alles denken. Ja 80 Rasterfahndung und dann kommen wir zu Rasterfahri 81 Nulllösung 82 und jetzt kommen wir so langsam in unsere Sozialisierung im Ellenbogengesellschaft das hat mir mein Opa häufiger mal gesagt 1983 unser Geburtsjahr also deins und meins heißer Herbst 1984 und das passt eigentlich ganz gut zu Hennys Jahrgang Ich bin auch 83 Was ist denn nur los mit euch? Du bist hier das kücken oder was? Du bist das kücken Das stimmt Ähm Umweltauto 1984 Umweltauto Umweltauto Jaja Was soll das denn sein? Zweitag Ich würde jetzt gerne es ist jetzt hier also Corona war es dieses Jahr es kam ja auch Corona-Pandemie Lockdown und Verschwörungserzählung Wow Dann auch noch was für die Verschwörungserzählung warum sagen sie einfach Verschwörungstheorie es wird viel häufiger verwendet als Verschwörungserzählung Das ist auch wieder diese politisch korrekte Überhaupt nicht Das ist einfach Das ist einfach falsch gewählt Du musst ans Mikro ran Irgendwelche Idioten waren am Drücker Verschwörungserzählung Wer sagt das schon? Ne, niemand So Dann würde ich sagen kommen wir mal zu der erfreulichen Sache hier Ich gehe mal kurz zum Geschenkebeutel Am besten wird so Leere im Raum überbrückt durch Beschreibung Das war glaube ich gerade eine Aufforderung Ja Henni guckt mich an Ich gucke Henni an Ich würde gerade Ob ich Ob ich Also Warte, warte, warte Ich habe was zu erzählen Ich hätte euch was zu erzählen Nach 5 Stunden labern habe ich Scheiße Alex hat Laber zur Tüte Also Ich bin umgeben von I don't know 50 Fußballtrikots und Fahnen und Schals Schäle Schäler Schäli 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 Und eigentlich das gute Trikot was ich gerade sehe ist das mit Ego 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 die Nummer 45 keine Ahnung Das ist ein rotes Trikot weiß weiße 45 mit schwarzen Schlagschatten Du kennst die Geschichten zu diesen Trikots Was ist das neben Cash Casino Das klingt nach illegaler Werbung Cash Casino ist der 1. FC Neustrelitz oder Oberlausitz weiß ich es genau Jaja weiß ich nicht Aber Neustrelitz und Oberlausitz ist schon nochmal Da müssen wir als Ossi mal ganz klar sagen Wie diese Fußballtrikots sich von echten Spielern mehr oder weniger erschlichen wurden Auch das klären wir in der nächsten Folge Jetzt kommen wir aber erstmal zu einer anderen Angelegenheit Henni, Ömmes und mein Weihnachtsgeschenk für dich Bitteschön Vielleicht beschreibst du trotzdem mal was du da siehst Es ist gelb Es ist ein Pullover Es ist ein Hoodie Er ist XXL Und es steht was drauf HDL Und zwar in dem DHL Logo Ja Cool Kannst du uns ein Foto schicken wie du im HDL Pullover Ich muss Also ich bin ja gerade viel im Homeoffice Ich hab morgen das ist ein 4 Stunden Termin Also Henni arbeitet übrigens bei der DHL Das muss man dazusagen um das zu verstehen Und danach nochmal mit meinem Chef Ich glaub das wäre echt ganz lustig Jetzt das Geschenk für Ömmes Dankeschön Also bin ich aber aufgeregt Willst du es einfach selber aufmachen? Natürlich Wie heißt diese YouTube-Sache Unboxing Unboxing Buch Für Erwachsene So geile Bilder Kannst du mir die Kids ausmalen Das wäre ich auf jeden Fall mit meiner großen Tochter Nur kackende Tiere Lamm mit einem riesigen Gibt's bei Amazon Für unter 10 Euro Also ich wette kann man sich auch in der sympathischen Buchhandlung Drift hier auf der Karheiner Straße bestellen Das ist nämlich sehr witzig Kackende Affe Kackender Fuchs Kackende Älster Als mein Sohn von dem ja Herr Ömmes der Partneronkel ist und ich bei Ömmes war weiß ich nicht vor ein paar Monaten schon hat Der Bär Hat Ömmes mit so einem Plüschtier Flieger gespielt und ich weiß auch nicht warum aber Ömmes hat immer bei solchen Spielereien mit Tieren zwischendrin so Ich mach mal akustisch nach der Affe fliegt durch die Gegend und dann so Warum auch immer lässt immer irgendein Tier ein Faden mitten in der Luft Auf jeden Fall Ich lass auch immer ein Faden in der Luft So das war's Es war ganz schön zwischendurch ganz schön Depri aber Findest du nicht Gut wir sammeln fürs nächste Mal alle gemeinsamen Themen bringen die mit Ich glaub wir mischen ziemlich viele Themen Weltverschwörung Das sind echt noch viele Sachen Die macht doch nochmal kurz den den Regler den Regler EXT hoch bitte EXT Ich hab hier ich hab hier ich sitz hier vor diesem ich soll hier beschreiben wenn ich rot will Die erste Folge 3 plus 1 ist vorbei Schreibt uns 3 zu 1 3 zu 1 nicht 3 plus 1 Oh 4 Stimmt 3 zu 1 ist vorbei Apropos 3 zu 1 RB Leipzig hat wie gespielt vorhin Das ist auch nochmal so eine Diskussion die haben wir vorhin kurz im privaten Bereich angeschnitten warum dürfen die Fußballer eigentlich spielen und der Rest nicht Leipzig hat What the fuck 4 zu 3 gewonnen gegen Bajakşi hier Istanbul noch da ist einiges passiert jetzt spielt gleich der BVB gegen Lazio Rom und Manchester United das gucken wir uns allen gegen Paris sagen wir mal denn wir haben kein Sky denn Sky ist ein bisschen so wie McDonalds auf Wiederhören bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss